Oh, scheiße. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir das andersrum gemacht hätten, wäre jemand von den anderen gestorben. Also, ganz ehrlich. Scheiße. Ich, äh, ich dachte nicht, dass du sie verlassen würdest. Ja. Es ist schwer zu denken. Was hätte ich machen sollen? Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht. Ich habe es versucht. Mehrmals. Crap. Ja, ich glaube, ich glaube, es war nur nichts, was wir tun können. Ich versuchte so hart, um zu ihr zu erreichen. Was hat da passiert? Als wir da waren, waren wir bereit, um zu helfen. Aber dann hat sich etwas verändert. Schau, ich habe einfach... Ich habe das typische Ding gesehen, bevor. Ich wollte einfach nicht auf den bitteren Ende sein. Entschuldigung, ich... Ich meine nicht, dass es hart ist. Es ist nur so, wie es sind. Es ist okay, ich verstehe. Dinge sind immer einfach einfach. Verrückt mir. Ich versuchte, Jamie zu retten. Aber sie hat geflogen. Und wenn du wirklich nachdenkst, ist es vielleicht besser, diese Weise. Für alle. Hat die ihre Schwester damals zurückgelassen, oder was? Oh, Crap. Oh, Crap. Jetzt... Nein! Nick, jetzt mach keinen Scheiß. Du bist da jetzt nicht schuld. Ach, ich sag auch schon Nick, Luke. Genau. Das sollst du auch nicht, aber du sollst es nicht, äh... dir die Schuld geben. Ach, du scheiße. Du gehst deine Schwester? Jane, ich bin wirklich entschuldig. Sie hat mich für lange Zeit verletzt. Aber ich habe endlich herausgefunden, dass ich sie in eine Forst-Marche durch die Hell. Und all sie wirklich wollte war, war für mich, dass sie sie wegzunehmen. Sarah war auch das Weg. Jane? Nein, für ihre eigene Sicherheit. Oder für unsere. Ähm, ich hab nicht schnell genug gedrückt. Okay. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Wo ist Kenny? Frag nicht. Frag doch bitte einfach nicht. Oh Gott. Was möchtest du jetzt von mir? Ich hab keine Ahnung. Naja, wenn er irgendwo da ist. Wo ist Kenny? Achso. Okay. Er hat Sarita in da nicht lange, nachdem du geblieben hast. Ich weiß nicht, ob er es noch gemacht hat. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass er gut geht. Ich weiß nicht. Ich gehe in da. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das besser wäre. Ja, genau. Seufzt. Ja, Kenny wird mich nicht sehen wollen, aber... Das klingt schon nicht so gut. Öhm, öhm, öhm. Open Tent. Ist das irgendwie so komisch zur Seite? Ja? Funktioniert das so? Oh, Kenny. Ja, Daniel. Ich wollte dich auf dich verhalten. Sicherlich bist du okay. Sie wollte mich nicht warten, aber ich hatte. In case, es war ein Bisschen. Sie kam nicht zurück. Sie kam nicht zurück. Das schöne Gesicht. Ich sag einfach nichts. Bitte? Ich lass ihn reden. Red mit mir, Kenny. Na, 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 na. Ich auch. Ich hätte eigentlich lieber beides gesagt. Sieht nicht so aus. Und? Ähm. Was? Oh, wir sollten sehen, was passiert ist. Oh, shit. Oh, shit. Nicht gut, wahrscheinlich. Es fühlt sich weh. Das ist, wie es sich fühlt. Was ist passiert? Rebeccas Wasser ist verbrochen. Oh, na, super. Ähm. Oh, Christus. Wir sollten... Kenny, du weißt, was geht. Kenny, danke Gott. Ich denke, das Baby ist gekommen. Was tun wir tun? All right, all right. Give me a second. No way can Rebecca travel like this. Das ist schon klar. She's gonna make a lot of noise. They'll be able to smell her too. Now you got no choice but to lock down and ride it out. It hurts more than before. Is something wrong? Was brauchen wir? Richtig. Kenny? Kenny, come on, you gotta focus. Nice, nice. Right, right, sorry. Clean water for one thing. In Blankets. Okay. And we gotta get out of this damn cold too. That map shows a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. Ähm. Schon, aber wir kriegen die doch nie da hin. Oder? The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Mike, think you could go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Okay, then. Kenny, you stick with Rebecca and I will check the perimeter for Walkers. Gute Idee, was mache ich? Clem. Oh, achso. Das mache ich also. I know, it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. Ja. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but I was thinking. Ja. How do we know, Janie just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? Das klingt böse, aber... You know, she doesn't seem to like being around people much. And she volunteered to head off awful fast. I guess it could be nothing. She's helped us so far. Yeah, no, you're right. Maybe it's nothing. Das ist ja ein Punkt, aber... Weiß ich nicht. Ich würde trotzdem mit ihr gehen, damit sie nicht alleine geht. We're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. That all sound right? Ähm. Don't worry. Everything's gonna be fine. Ähm. I can stay here and help. So wie Kenny das gerade gesagt hat. You want to come with us? Ach. Ich geh mit Jane, damit die nicht alleine geht. Das, was Kenny gerade... Wie Kenny das gerade gesagt hat, klang das nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Oh, shit. Der hat doch irgende... Oh. Der hat doch irgendwas. Hier bin ich nicht so weit weg. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich nicht so weit weg bin. Ähm. Ist das da hinten Jane? Ich weiß es nicht. Ich kann da hinrufen, wenn ich möchte. Aber ich weiß nicht, ob ich das will, weil ich nicht weiß, ob das wirklich Jane ist. Doch, das ist sie wirklich. Dann geh hin, dann rede mit ihr, bitte. Alles klar? Ist du okay? Ja. Ja. Es sieht nicht so aus. Das ist richtig. Ja. Wow. Es ist manchmal gut, jemanden zu sehen, dich zu sehen. Richtig. Und dafür bin ich hier. Also, komm mal, Partner. Lass uns das Deck anschauen. Ich mag die Höhe. Ich nicht. Weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich hab Höhenangst. Ähm. Also, Klemm wahrscheinlich nicht, aber... Na. Hast du nichts hier gefunden? Huh? Oh. Äh, nicht noch. Ich habe nicht wirklich angefangen, zu sehen, bis du aufrufst. Die wirkte wirklich nicht okay, aber ich wollte sie nicht nerven damit, weil... Gott weiß, wir können einen Freude benutzen. Ei. Ah. Super. Das ist ja alles prima. Da steht eine Kanone. Da steht eine Kanone. Oder da ist irgendjemand drin. Also, just saying. Äh. Zum Beispiel. Das Baby, okay. Die kommt doch nicht hierhin gerade. Das ist richtig, aber... Das Ding geht doch nie... Was? Du weißt, äh... Es würde nicht wehren, zu versuchen, eine schwerere Hand mit diesem Ding. Schau, ob du etwas größeres findest. Das Ding geht doch gar nicht da rein, oder? Ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich möchte erst mal kurz mit ihr reden. Ja, das wusste ich schon. Ich dachte, vielleicht da... Naja, gut. Naja, mach ich schon. Alles klar. Gucken wir uns mal um. Wir können das mit der Kanone aufsprengen. Du denkst, das Ding funktioniert? Check das Muzzle, Napoleon. Ach so. Ich dachte, ich habe da nichts gesehen, muss ich zugeben. Okay. Lass mich raten, ich sehe jetzt irgendetwas... Na, wahrscheinlich nicht. Oder? Kannst du vielleicht zum Camp kurz gucken? Ich glaube eher, das braucht Münzen, oder so. Naja, okay. Poster. Mülltonne. Irgendwas kann in der Mülltonne drin sein. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges drin. Findet du irgendwas? Nein, ich bin nicht sogar Trash. Civil War. Tja, oh, wenn wird es end, dieses cruel, cruel War. Oder auch, was auch immer hier noch so abge... kann ich da nicht rein? Das war's. Hm. Das ist nicht so schön. Haben wir... Können wir noch irgendwo anders hin vielleicht? Wieder runter oder so? Ich weiß ja nicht, aber da war erst mal jetzt gerade nichts. Kann ich jetzt eh... Nee, ich kann nicht wieder runter. Ja, dann, sorry, ich fürchte, ich habe nichts gefunden. Oder ist hier vielleicht... Da ist noch... Ich kann noch... damit gucken? Siehst du da irgendwas? Was? Ähm. Ähm. Wer ist das? Die sind doch total nah. Richtig. Richtig. Der sieht aus wie ein, äh... Männlicher Sarah. Richtig. Der sieht vor allem nicht so aus, als wäre er irgendwie so eine große Gefahr. Ähm. Der sieht vor allem auch irgendwie... Wie hat der das Ding geschafft? Bis hierhin. Mit seinem Fuß. Ähm. Hi. Hallo. Ich quatsche ihn jetzt einfach an. Wow, 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 wow. Ähm. Hallo? Sorry, äh. Wer bist du? Kannst du bitte aufhören? Die Kanone... Ich bin Arvo. Ich will gehen. Ich will nicht schreien. Nein, 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 mach keinen Scheiß. Es ist besonders... ... eine kleine Frau. Ähm, eine kleine Mädchen. Richtig. Oh, Jane, mach keinen Scheiß. Warum machst du sowas? Oh, Mensch. Sorry. Was ist da drin? Was? Wow. Wir haben keine mehr Schäden. Ich versuche dir. Wir müssen nur sicher, dass du nicht ein Gefahr bist. Pain killers? Die können wir gebrauchen. Frag ihn bitte, ob wir die haben können. Das wäre gut. Das ist ein sehr ernstes Staschen Meds. Nein, 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 nein. Geh was du willst, aber nicht die Medizin. Es ist für meine Freundin. Meine älteren Freundin, sie ist sick. Die Schäden macht ihr kreien. Das macht diese Dinge kommen. Bitte. Diese Medizin ist alles, was sie hat. Ist es nur du und deine Schäden? Nein. Ich habe viele Freunde. In den Wald. Schäden oder nicht, wir können wirklich diese Dinge nutzen. Nein, du bist nicht so nett. Du hast mich bereits defenslos verlassen. Und jetzt, du nimmst meine Schäden Medizin? Nur ein so ein Ding. Hey, wir haben Leute, die zufragen. Wer braucht diese Medizin? Luke ist immer noch ein Wachstum. Kenny ist ein Mist. Rebecca ist in Schmerz. Wir nehmen doch nur ein so ein Ding. Clementine, wir brauchen das. Oh Gott. Können wir nicht? Hallo? Warum nehmen wir nicht einfach nur ein so ein Ding? Oh, ja? Well, ich denke, du bist nur ein Junkie. Du weißt, was diese Worte bedeutet? Oh, nein, nein. Ich sage die Wahrheit. Ich schweige auf meine Liebe. Ich glaube, ich glaube, das ist eine Medizin, Clementine. Nein, nein, nein. Du kannst sie nicht von mir nehmen. Ähm, hallo? Hallo? Ich habe das andere... Warum können wir nicht ein so ein Ding nehmen? Das verstehe ich nicht. Ähm, Jane? Jane? What are you doing? You don't have to do this. Just let me go. Jane? What are you doing? Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Crap. Achso, okay. Er nimmt es mit. Ich... Shit. Ich kann nicht glauben, dass ich mich in diese Mühe getroffen habe. Sie schreckt einen dummen Mann? Ich dachte, wir würden ihn nur mit ihm sprechen. Ich musste sicher, dass er hier wieder zurückgekommen ist. Aha. Ich weiß nicht. Go get the others. I'm gonna get this place opened. Now we need to get moved in ASAP. Ah, toll. Alles, alles... Total tolle Situation. Hm.